ja hallo freunde willkommen zu einer neuen folge von kühnes koch kanal ja ich denke einige bei denen die glocke aktiviert war und die den titel von unserem video von heute gelesen haben die haben das wahrscheinlich gar nicht erst angeklickt weil meeresfrüchte oder wie heute muscheln ist nicht jedermanns ding also wir mögen es sehr gerne und deswegen haben wir heute ein muschelragut gemacht viel spaß für unser muschelragut benötigen wir ein kilogramm mies muscheln 100 milliliter weißwein pfeffer und salz ein gewürz eurer wahl wir haben hier vom ankerkraut das fisch und scampi gewürz dann benötigt ihr brühe wir haben hier fischbrühe ich denke nicht dass ihr hier die in deutschland kriegen werdet wir beziehen die immer aus italien es tut aber auch eine gemüsebrühe thymian etwas kochsahne 20 gramm butter drei esslöffel mehl ein lorbeerblatt etwas muskatnuss eine porrischstange und zwei kleine möhren und heute kann es schon ans kochen gehen und wie so oft kühnes habe wieder was vergessen nein ich habe es vergessen eine zitrone und eine zwiebel kommen noch dazu beziehungsweise der saft von der zitrone für unsere muscheln bringe ich nun wasser zum kochen da gebe ich nun einen guten gehäuften ich denke es wird ein esslöffel sein hier ist es ein was ist denn das wie nennt man das ist auch egal so ein messlöffel dazu ein zwei würfel gemüsebrühe könnt ihr ruhig rein tun das ganze lasse ich aufkochen das lorbeerblatt kommt dazu die zwiebel kommt mit rein dann würzen wir noch etwas pfeffer gut und sobald das ganze kocht kommen unsere muscheln dazu ungefähr zehn minuten lassen wir die dann köcheln kochen dass sie gar werden und dann sehen wir uns wieder unsere brühe kocht und gebe ich die muscheln rein die muscheln habe ich vorher gesäubert schadhafte muscheln aussortiert ja wie man halt muscheln macht und jetzt darf das ganze 10 bis 15 minuten so ihr lieben die muscheln sind gas ich entnehme sie jetzt der brühe und hen darf dann pulen ja die zwiebel darf auch mit raus aber erst nachdem sie ein bisschen abgekühlt sind ja die dürfen jetzt abkühlen und wer sich die arbeit nicht machen will es gibt auch schon muschelfleisch und tiefkühlt auch ja aber wir nehmen immer frische muscheln und da wissen wir was wir dran haben das spart mir ein bisschen arbeit so die kommt zur seite gestellt ja und ich mache mich nicht ganz cool genau unsere brühe heben wir aber auch auf denn die brauchen wir noch bis gleich nun geben wir unsere butter in den topf erhitzen sie und dann kommt das lauf und die möhren dazu unsere butter ist heiß nun gebe ich unsere klein geschnittenen lauf rötchen und die möhren dazu das ganze darf etwas anschwitzen und dann bleiben wir uns wieder ja unsere möhren und der lauf ist angeschwort etwas braun auch geworden nun gebe ich unser mehl dazu und schwitze ich hoffe die mutter reicht dafür ja muss reichen wird auch reichen und jetzt wird das ganze mit weißwein abgelöscht das war ein kleines glas voll das könnte etwas geht es auch schon mit ja vorsicht steht natürlich am falschen pleck ja mit milchbreiter ungefähr 150 bis 200 milliliter dafür war es doch ein bisschen zu wenig ah weißt du das war zu wenig ja das war ein bisschen weniger ja das haben wir gleich Moment ja dann könnte es auch abmessen könnte man machen aber das ist wie das meiste hier einfach freischnauze typisch raubbühne hier stehen 30 messbecher rum naja aber sieht schon sehr gut aus muss ich sagen so das lassen wir etwas einköcheln und dann sehen wir uns gleich wieder nun geben wir noch etwas von der brühe hinzu von der muschelbrühe ja genau das waren die zwei große kellen und ein bisschen kann ich noch dann wird gewürzt mit diesem gewürzt von ankerkraut das war jetzt ein kleiner teelöffel das ist eigentlich ein naja ein bisschen kleinerer teelöffel das reicht aber etwas thymine kommt noch rein etwas thymine kommt noch rein salz da muss ich gleich nochmal abschmecken da muss ich gleich nochmal abschmecken so können wir runterheben so mal rein dann habe ich eine halbe zitrone ausgedrückt den saft gebe ich auch dazu ich denke jetzt kommt noch die kochsahne zu und dann dürfen die muscheln dazu gegeben werden so nun geht es hier weiter ein schluck kochsahne kommt da rein ein guter schluck so und unsere muscheln ist nicht mehr viel übergeblieben das ist so ein kind schade das darf noch mal fünf minuten durchziehen wir servieren dazu heute spaghetti aber es würde auch reis passen ja und dann sehen wir uns beim tellerbill wieder vor dem tellerbill kommt noch ein wenig muskat ins rand so ich denke das reicht auch schon das reicht auch schon bloß nicht zu viel nein 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 so nun sehen wir uns aber gleich wieder ja ihr lieben kurzes fazit wer muscheln mag oder auch meeresfrüchte sollte dies auf jeden fall ausprobieren von den gewürzen her top wie annes wieder gemacht hat habt ihr ja gesehen also eine total leckere sache auch die spaghetti haben sehr gut dazu gepasst wir haben die ganz dünn genommen capellini heißen die glaube ich ja wer es mit reis machen will ist bestimmt auch lecker aber es lohnt sich auf jeden fall wer die muscheln halt nicht auslösen will aus der schale ja tk ware oder aus dem glas würde ich sie nicht nehmen weil schmeckt irgendwie glaube ich nicht ok hat es euch gefallen lasst einen daumen hoch da netten kommentar abonnieren könnt ihr immer unten rechts über ein abo freuen wir uns immer ja und dann kann ich einfach nur sagen habt noch einen schönen sonntag und ich hoffe oder wir hoffen dass wir uns nächsten sonntag auf diesem kanal wiedersehen bis dahin ciao